herzlich willkommen bei tarotzeit mein name ist heidi so schön dass du hier bist für die letzte legung letzte wochen legung für das jahr 2022 ja die weihnachtstage die raunächte am samstag silvester sonntag neujahr also auch hier energetisch eine sehr besinnliche zeit vielleicht auch für dich innenschau was kannst du noch dieses jahr abschließen innerlich was magst du einladen für das neue jahr wir lassen uns inspirieren am dienstag ist ein portal tag auch hier vielleicht noch mal ein energietor dass du nutzen kannst oder wo du einfach achtsam sein darfst und am freitag haben wir den zunehmenden halbmond im wieder und die der impuls hier finde ich sehr schön mit step in to your power also nimm dir gehen deine kraft gehen deine stärke gehen deine eigene macht selbstermächtigung geh vorwärts ja der wieder das feuerzeichen das element feuer steht ja für wille entscheidungskraft durchsetzungsvermögen oder ich mache jetzt vielleicht ein impuls für den beginn des neuen jahres für dich wir nehmen dazu auch der modern witch tarot also diese modernen hexen impulse hier und lassen uns gerne doch inspirieren ich war ja ich wünsche dir natürlich eine tolle tolle zeit des restjahres schöne silvesternacht und einen guten start ins jahr 2023 schön dass du hier bist schön dass du mich begleitet hast alles liebe für dich und deinen weg und ich sag auf in diese neue woche unsere letzte woche im jahr 2022 mit den letzten impulsen möge das jahr wundervoll zu ende gehen so dass das nächste genau so wundervoll beginnen darf wir nehmen auch gern den impuls mit wie ich auch schon als im intro gesagt habe für den first quarter moon aries step in to your power also hier gehen deine kraft springen deine stärke oder selbstermächtigung also das ist eine aufforderende aktivere karte und wir gucken natürlich jetzt erstmal oder schauen was die karten sagen wohin das tarot uns hier begleitet was zeigt sich jetzt noch mal in dieser woche ganz deutlich ja da haben wir silvester und auch die weihnachtsfeiertage neujahr also intensiv 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 oh wow also wer den solst ist die kartenlegung gesehen hat das zeigt sich also ja also das ist auf jeden fall nur du gehst weg du verlässt die rauen gewässer es wird ruhig du gehst ins ruhige gewässer du lässt es hinter dir ja also entweder hast du die möglichkeit das zu tun da gibt es vielleicht eine chance ein tor eine option oder du bist tatsächlich auf dem weg vielleicht auch erst im inneren in dem du planst oder dich entschieden hast das dann später ebenso in die tat umzusetzen oder du bist tatsächlich schon raus herzlichen glückwunsch also das war keine angenehme sache der du dich darstellen musstest also ich spüre schon mal das ist schon mal hier eins zu eins step into your power du hast also hier mit dein die die macht ergriffen sozusagen das hat sich immer ein bisschen gruselig an aber natürlich müssen wir selbst unser leben in die hand nehmen entscheidungen treffen den willen einsetzen uns nach in die tat umsetzen hier hast du würde ich mal sagen genau so gehandelt du hast da deine kraft gespürt bist in deine kraft hineingegangen und hier was sich in dieses boot symbolisch gesetzt verlässt die alten rauen unschönen gewässer und möchtest wirklich jetzt ein anderes leben mit dieser qualität der ruhe des friedens der stille vielleicht des einklangs der liebe hast du gewählt und da ist sie was kannst du loslassen was lässt du zurück oder was ja was entwickelt sich sowieso raus aus seinem feld was geht die neuner stäbe das war wieder spannend die hatten in der letzten wochenlegung da sind sie noch mal da hatten wir sie im ist jetzt sind sie am gehen so soll es sein genau das ist die magie der karten das was letzte woche noch im jetzt war oder ja sich direkt gezeigt hat ist jetzt gehen oder das kannst du auch loslassen dieses abgrenzen auch hier nochmal sie ist auch hier ganz schön bandagiert die alten verletzungen lässt du zurück klar du machst dich auf dem weg zum neuen hier noch mal der blick zurück die entscheidung ist getroffen die stäbe stehen auch für willenskraft entscheidung transformation veränderung aber auch inspiration also auch da geführt werden ja die die energie des sich abgrenzen das verletzt werden das liegt zurück das verblasst das kannst du auch ganz loslassen oder du fühlst vielleicht merkst vielleicht sie ist vielleicht dass es sowieso geht ja so wie beim boot wenn man zurückschaut an den strand oder ans ufer dann wird das immer kleiner und blasser und genauso was kommt was siehst du an das darf in ein feld kommen text der stäbe hello hello ja ich sag nur jawohl genau so ich freue mich ich freue mich so sehr sechster stäbe steht für sieg erfolg stolz sein auf das was du geschafft und bewältigt hast deinen weg gehen dich feiern lassen das alte liegt wirklich zurück innere hürden die du gemeistert hast schwierige zeiten die hinter dir liegen jetzt ist es hier diesen erfolg zu feiern vielleicht auch sogar noch mit anderen die mit dabei sind also ich ich sag nur bravo ganz großartig dass es kommen feier dich auch freu dich darüber du hast wirklich etwas geschafft du hast eine schwierige geschichte abgeschlossen das muss nicht das beenden der partnerschaft sein hatte ich ja schon gesagt das kann natürlich auch eine gewisse qualität in der partnerschaft sein die du bewältigt hast oder du hast auch bei dir team bewältigt wunderbar na jetzt geht's voran schau alles frei da ist nichts nicht mal das pferd hat saumzeug du im leoparden kostüm was ja auch für wildheit spricht stäbe stehen ja auch für leidenschaft und alle stäbe sind auch hier am blühen ja siehst du triumph 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 was wird dich unterstützen oder vielleicht gibt es ein hindernis was wird dich da unterstützen achtung 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 der teufel die erste große arcana auf dem tisch das würde ich sagen weil das ist vorsicht 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 heißt die karte auf jeden fall dieses dieser teuflische also große arcana große geheimnisse im vergleich jetzt hier zu den kleinen arcanas wo man so sich durch das leben jongliert sind immer allen steine auf dem seelenweg tiefere emotionalere bewegende momente in unserem leben und da könnte tatsächlich noch mal das hindernis auftauchen irgendeine alte geschichte steht für zum beispiel toxische verbindungen auch ja man kann sich da nicht raus befreien aus dieser verbindung mit dem das ist wie teuflisch das steht wie unter so einer teuflischen einfluss man ist gefesselt man dreht quasi immer wieder den gleichen kreis steht für anhaftung vielleicht auch süchte was auch in der liebe sein kann diese liebes sucht nicht raus zu können vielleicht aus einer beziehung aus einer toxischen beziehung das ist genauso für die partnerschaft gültig wie aber auch aus familiären konstruktion aber das habe ich auch genau schon so in familie in freundeskreisen oder auch im arbeitsfeld erlebt ja das ist manchmal richtig tricky und oft versteckt ja so dass das wie so ganz das ist nicht so ein manchmal so ein richtig offensichtliches schlimmes ding sondern das sind vielleicht eine summe von lauter kleinen wirklich richtig unangenehmen sachen wo man nicht rauskommt also da zeigt sich definitiv ein hindernis dass das beachtung braucht manchmal ist es auch so dass wir wenn wir das so schön hier auf unserem weg sind könnte noch mal so eine art versuchung sich zeigen das heißt man sagt im spirituellen kontext das universum prüft ob du das wirklich willst und schickt dir vielleicht noch mal einen entsprechenden menschen oder eine entsprechende situation die die sieht im oben im außen sehr vielleicht verlockend aus ist es aber nicht ja das sagt zumindest die karte das oder zumindest gilt es das zu prüfen ob du wirklich diesen weg in die freiheit in den sieg in die freude gehen möchtest ja und falls das für dich ganz klar ist und diese situation oder dieser mensch oder mensch mehrere tauchen auf denk dran step into your power geh in deine kraft ja du hast die kapazitäten dich daraus zu lösen ja was ist dann verdeckt nächste große arkana das ist noch verdeckt im unbewussten aber es wirkt schon hier für dich der magier dieses ebenfalls wie gesagt große arkana große chance auf einen neu beginn oder sage ich mal etwas auf die erde zu holen du hast alle talente stehen dir zur verfügung alles steht dir zur verfügung sowohl die inspiration die leidenschaft die ideen als auch die klarheit der gedanken das bewusstsein so wie dein deine freude daran diesen weg zu gehen oder mit einem partner so zu leben kann sich genauso wie auf ein projekt das dich inspiriert genauso handeln wie um eine liebesbeziehung die du gerne leben möchtest und du hast auch die sagen wir in der materiellen welt die möglichkeiten wie auch immer das jetzt bei dir aussieht also du könntest tatsächlich diese liebe diese beziehung genauso leben dich nicht verführen lassen und auch nicht an diesen nächsten toxischen punkt anzukommen sondern du kannst es wirklich leben es ist da der magier bringt quasi diesen wunsch diese sehnsucht diesen traum diese vision ins leben du kannst es ins leben rufen das ist noch unbewusst hier eine möglichkeit das genauso zu sehen und vielleicht entsprechend schon wege einzuleiten oder es reicht auch schon mal am anfang das zu erkennen sehr gut ich freue mich sehr das ist wirklich sehr großartig ja sehr ich finde das wirklich große klasse wir fragen noch mal hier die orakel karten nach etwas unterstützung was wäre dann zu tun in dieser woche was gäbe es da zu beachten gibt es einen impuls oder eine qualität die dich vielleicht jetzt hier noch mal inspiriert oder führt divine timing oh wow das ist ein guter impuls ne das ist diese göttliche zeit die divine brings things in the timing that we need nothing comes before we are prepared now leaves too early may always trust your perfect and holy timing dear lord das ist ein guter hinweis sage ich mal diesen diese qualität die du leben möchtest diesen neu beginn den du gehst auch hier diesen diesen fluss raus aus dem im übergang sein und rein ins neue sich auch wirklich hier noch mal zu verbinden mit der mit dem göttlichen zeit ding wir haben ja manchmal so die vorstellung okay das ist jetzt so das habe ich jetzt entschieden und schmuck soll es schon ganz perfekt da sein manchmal ist ja auch vielleicht der neue partner also auch weiblich nur die neue partnerin noch nicht da manchmal brauchen wir noch etwas ja dazu um dass der ins welt kommen kann der mensch vielleicht dürfen wir noch was loslassen erkennen lernen oder noch eine erfahrung machen vertraue da immer dem universum auch das das timing immer das perfekte timing sein wird ja manchmal können wir das mit dem verstand gar nicht zu verstehen oder nachvollziehen manchmal will das ego auch dass da ein bisschen was mehr passiert oder anders ist ja da sind wir aber der verstand ist natürlich wie so eine kleine schachtel und die möglichkeiten die wirklich da sein können die sind unendlich und die passen kann ich in die schachtel wird ist es das auch noch mal so ein impuls dass er dass wir da das eben zulassen manchmal gilt es auch da zu handeln weil das universum macht die tür auf und dann bitte spring auch rein dann nimm die power nimm die kraft und g mach okay ich hätte gern noch eine wenn du noch eine keine karte für die woche dann ist doch viel los in der woche mit all diesen feiertagen und so weiter ja das ist alles alles wo du hin willst alles was du umsetzen willst alles was möglich ist kannst du erreichen das bedeutet nicht wenn da moment eine phase drin ist der stille des innehaltens oder was auch immer da kommt dass manches nicht möglich ist sondern da ausdauer heißt auch wirklich zu vertrauen lang den langen atem das große ziel im auge zu behalten und nicht hier auf die kurzen verführerischen möglichkeiten reinzuspringen also definitiv finde ich ganz klare aussagen und ich nehme noch die letzte karte hinzu mal gucken was hier noch mal ein impuls kommt für diese woche hier blessings schau mal es wirklich dieses gesegnet sein der engel quasi bild oder ja wie vielleicht auch was wie die mutter maria oder so ich würde mal sagen du bist einfach gesegnet natürlich bist du gesegnet mit den gaben und du bist gesegnet mit deiner entscheidung mit dem weg den du gehst mit dem sieg der auf dich wartet und mit der kraft die in dir steckt mit dem willen mit deiner selbstermächtigung in deinen raum in dein leben rein zu schreiten also ich finde das neben super gute woche echter sind wirklich ist alles ganz klar auf dem tisch da gibt es nicht so finde ich gar nicht so viele varianten zumindest nicht was ich wahrnehme von dem was ich hier zeigt und ich freue mich riesig dass das jetzt sich ganz genau so zeigt sei auf dem übergang es ist so der übergang bedeutet auch es ist dass das ufer ist ja noch gar nicht da ja das kommt du wirst aussteigen auf der anderen seite im rücken gewässer du wirst dich siegreich fühlen du fühlst dass du was hinter dir gelassen hast das überwunden hast klar das kannst du loslassen dieses abgrenzen dieses kämpfen die verletzungen das ist vergangenheit aufpassen hier beim teufel ausdauer ja halte den raum halte die vision und hier es ist schon auf dem weg auch im unbewusst noch unerkannt noch nicht in deiner klaren im plan bewusstsein noch nicht im fokus alles was da in der welt dir zur verfügung steht kannst du runter ziehen und in die reelle welt hineinbringen da ist auch noch mal hier die affirmation dazu ich weiß dass ich alles was ich mir wünsche was mir vorstelle wo ich hin möchte dass das auch erreiche und hier dass dein weg ist gesegnet ja da kommt unterstützung das können menschen sein das kann auch materielles sein geld und job angebot genauso wie eine wohnung für eine schöne partnerschaft oder der mensch den du dir wünscht was auch immer da ist segen hier für dich da möge diese letzte woche in dem jahr 2022 wirklich so großartig für dich sein wie es hier in den karten zu sehen ist mögest du das spüren und auch genauso leben dürfen und können vertraue dir ich wünsche dir dafür nur das aller allerbeste vielen vielen dank für alles und bis bald namaste und bis bald